Ein vegetarisches Chili. Hallo, hier ist der Ralf von Jörteland. Heute koche ich euch heute ein vegetarisches Chili hier am Lagerfeuer. Vegetarisch deswegen, weil wir einfach Gäste da haben, die gern vegetarisch essen und mir die heute Abend hier zu Gast bei uns in der Jörde haben. Das ist ja gar nicht weiter schwierig, weil ich kann ein vegetarisches Chili genauso wie ein normales Chili zubereiten. Der einzige Unterschied ist, ich nehme anstatt dem Hackfleisch Sojagranulat. Das Sojagranulat, das lasse ich kurz einweichen, 10 Minuten einweichen im kochenden Wasser und kann es dann verarbeiten wie Hackfleisch auch. Der einzige Trick letztendlich, damit es nachher auch schmeckt ist, dass es ordentlich gewürzt wird. Also es muss einfach ein bisschen mehr gewürzt sein, wie das normalerweise. Ja und dann kann ich diese anbraten, kann mein Sojagranulat anbraten, kann es würzen. Wenn das dann soweit ist, kommt noch etwas Tomatemark dazu. Das lasse ich kurz mit anbraten, also lasse es einfach mit in der, mit dem Kopf schiebt es ein paar mal durch, bis das ganze Sojagranulat dann schön opaktisch von diesem Tomatemark und lasse es dann noch mal kurz in der halben dran. Erst dann lösche ich ab. Mach dann mein kleingeschnittenes Gemüse dran. Ich habe jetzt hier noch ein paar Pilze übrig gehabt, die habe ich einfach rein geschmissen. Das kommt mit dem Geschmack auch vor allem mit dem Sojagranulat zu tun. Und dann einfach Paprika, ein paar Chilischode rein. Das noch kurz köcheln lasse in dieser Tomatensäugranulat-Pampe. Und wenn das dann soweit durch ist, dann kann ich Mais und Bohnen dran machen. Ich mache zuerst die Bohnen dran und eine Weile später dann Mais, weil die Bohnen einfach noch ein bisschen länger dauern. Und das Schöne daran ist dann so mit Chili. Da kann ich einfach in reichliche Mengen kochen. Und ob das jetzt heute gegessen wird oder nicht, das schmeckt morgen aufgewärmt noch viel besser. Und von daher haben wir jetzt einen riesen Topf. Und schau mal, wie viel da nachher davon weg geht. Also wenn der ein oder andere Hunger hat, nein Spaß beiseite, dann haben wir das schon längst gegessen. Bis ihr dieses Video seht. Aber ja, freut euch einfach mit uns, dass es uns gleich sehr gut schmeckt. Und bis dahin sage ich Dankeschön und tschüss, euer Ralf von Joteland.